Erstens gibt es sowieso keine permanent wachsenden Systeme und auf einem endlichen Planeten geht es halt nicht. Also das gibt es nicht. Und deswegen natürlich ist dieses Wachstumsparadigma irgendwie absurd. Und man muss sagen, einen großen Fehler, den wir gemacht haben, wann immer der passiert ist, aber wir haben es ja erlaubt als Gesellschaften, dass Umwelt- und Sozialkosten externalisiert werden dürfen. Und das ist ja, was ich eben gesagt habe. Also jede Schokolade kostet gleich viel. Bei uns bezahlt man halt den normalen Preis und bei dem anderen Schokoladen sagt man, naja, sollen doch die Kinder zahlen. Ich weiß nicht. Andy